Willkommen zu einer weiteren Folge Mario Party mit Tim, Maluna und Unge, der gleich dazukommt. Und wir werden heute wieder Mario Party spielen. Ich glaube in einer neuen Map und ich hoffe, dass ich heute nicht so hart behandelt werde wie die letzten Male. Das war hart und ich hoffe, dass ich nach dieser Runde nicht so erschöpft bin wie nach den anderen Runden, weil es wird wieder sehr laut und turbulent. Let's go. Rein in den Lachs, ein Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und ein Kommi. Okay, ihr kleinen Arschkrampen. Let's go. Let's fucking go. Okay, alles wird anders dieses Mal. Nicht letzter. Warum sieht das so alt aus? Das ist die Map, die basiert auf einer 164 Map. Das sah ja richtig gruselig aus. Die Leute für mich auch, wenn sie mich sehen, wie ich früher auch war. Schwierig, schwierig. Wie alt bist du, Gno? Ich werde morgen 18. 18? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Okay, das ist es. Okay, massive Würfel jetzt, okay? Mein Würfel ist sensiert von meiner Kamera, ist gut. Nein! Nein! Da kann nichts passieren. Was? Oh mein Gott. Oh nein, da kann nichts passieren. Ich dachte, da passiert nichts mehr bei der 9. Gleich passiert was. Gleich passiert was. Scheiße. Ich bin aber letzter. Kann das ja, dass Mario Party sau laut ist. Das ist eigentlich immer so, ne? Dass wir diese Reihenfolge haben. Stimmt. Oh man. Er ist wirklich echt laut, ne? Ja. Durch langsam. Dankeschön für ein Jahr. Das ist so stressig, ich sehe es jetzt schon. Wenn ihr ein Tier wärt, welches Tier wärt ihr? Ein Gnu. Ein Gnu, okay. Eine Möwe wäre mal Luna. Ich liebe Möwen. Möwen sind so brutal. Die haben schon. Sie sind geil. Pass auf. Ich wäre ein Elch, weil Elche können sieben Meter tief tauchen und haben Kiemen unter den Füßen. Ich wäre ein Alien-Wolf. Du bist von Jackalope. Was? Das ist doch kein Tier. Das ist doch kein Tier. Du sagst, das ist kein Tier. Respektier mich. Oh, da ist ein Item. Sehr gut. Du bist ein Tier, weil du so muskulös bist. Okay, ich muss mich konzentrieren. Bitte hört auf, den Profi hier abzudenken. Oh, oh. Oh, den Schlüssel. Oh, ja, na. Nicht so weit nach hinten. Fußschwund. Nein. Er hat einfach komplett konzentriert ein Hole in One gemacht. Ich lösche mich jetzt schon wieder. Der berühmte Hole in Ass, ey. Das ging ja richtig gut los gerade. Ach, ja. Ich... Oh, okay. Neun. Richtig stark, ne? Ich habe auch die hohe Zahlen zu würfeln, Mann. Da war ich auch schon direkt der Stern. Ich muss doch mal jetzt hier einmal nicht letzter werden, Klu. Hä? Was heißt das? Sie ist doch immer erster oder zweiter. Ich bin immer letzter. Die letzten Male gewesen. Tim, hau. Und alles war immer drei gegen eins am Ende. Das stimmt. Tim, hau. Die hohe, Alter. Tim, die hohe, ey. Tim, hau. Tim, hau. Sein OnlyFest verkauft. Wie die hohe. Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin gebrochen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Weil ich habe diesen Item nicht bekommen. Oh nein. Und jetzt zeigt Gnu, wie die das Item kriegt, die Kleine. Ey, was ist da eigentlich schon wieder gegen mich? Wir haben gerade erst angefangen. Ja, Gnu, wenn du Ehre bist, schießt du auch daneben. Sie hat gar nicht das Schießen. Oh. Ich habe den Lack. Das ist so witzig. Die letzten Male, Simon, immer irgendwann in der Runde. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, Pechwürfel. Was bedeutet das? Den kannst du jemandem geben und der kann nur eine Eins oder Zwei würfeln. Oh, das ist Simon auf einmal ganz ruhig. Ich kann nicht mehr. An der Cover. Er kann nicht mehr. Er ist einfach. Er ist zu viel. Ich kann einfach nicht mehr. Deswegen kann er nicht mehr. Okay. Oh, jetzt aber. Warum zwei? Oh nein. Ich kann einfach nicht mehr. Alle gehen alle. Ich kann nicht mehr. Was gibt's jetzt? Ihr Blutsauger. Ihr Blutsauger. Oh nein. Es ist dieser Kack, wenn man sich abgibt. Weißt du, was wir machen müssen? Weißt du, was wir machen müssen für ein viel lustigeres Spiel? Na? Und dass man nicht mehr diese Übung machen kann. So. Ja, nächstes Mal. So geil. Simon lässt sich gestern von GNU ein Spiel kaufen und sagt, jetzt geht Blutsauger. Ja. Ey, Leute. Waffenstillstand. Schieß nicht auf Yoshi. Yoshi schieß nicht auf euch. Waffenstillstand, okay? Nein. Wir schießen alle auf alle, okay? Oha, Waluna. Okay, doch. Du hast mich mit dem Teufel angelegt. Oh nein. Oha und Tim Hores hat sich auch gerade mit dem Teufel angelegt. Okay. Nein, ich kann nicht letzter werden dieses Mal. Okay, hab's geschafft. Das ist unfair. Ich hab mich mit dem Teufel angelegt. Ihr Blutsauger. Ihr Blutsauger. Ihr Blutsauger. Du bist ein Sauger. Ihr Blutsauger. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Scheiße. 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 Okay. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Warum? Ich verletze der immer. Warum? Oh nein. Das leckt. Das leckt schon wieder. Ja, wegen dir. Nein. Das liegt an meinem... Aber es braunt. Oh mein Gott. Waluna hat noch zwei Leben. Komm, hol ihn dir. Du Tischer. Auf links, rechts kannst du drehen, gell? Wenn du links, rechts rückst und dann nach links und rechts lenkst. Scheiße. Komm her. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ich bin ein Panzerknacker. Oh nein. Ich zuck. Ich zuck. Ja, one time. Gönnen. Gönnen. Nobody can get her. He's asking my girl to eat. Elch, die beste Tiere. Bitte bleibt die Reihenfolge immer dieselbe, Mann. Ja. Ich bin ja schon fertig. Oh mein Gott. Ich bin so fertig. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Es ist meme. Ich habe kurz die Schügel einfach so die ganze Zeit da futtert. So, eh, ich kann nicht mehr. Eh, eh, ah. Ich habe es voll eingehört. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Was für ein Blutsauger? Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Ich kann einfach nicht mehr. Simon, komm. Ich kann nicht mehr. Und das heißt jetzt, du kannst nicht mehr da lang, wo du wolltest. Sieben. Zehn! Ach so, du kannst jetzt gar nicht mehr langlaufen. Oh mein Gott, ist das richtig? Das ist ja... Also, das ist echt. Also... Was ist denn da? Was ist denn da? Das ist voll gemein. Oh mein Gott. Dann musst du jetzt da lang? Ja, weil sich... Die Richtungsfelder haben sich geändert. Ah, jo. Nach jeder Runde gehen die Pfeile in eine andere Richtung. Oh, mein Lieber. Was? Gar nicht mehr. Was will der von mir? Keine Ahnung. Kann jemand bitte den Teller von Simon abholen? Er kann nicht mehr. Ja, er ist die ganze Zeit und kann nicht mehr. Wäre dann eigentlich schlau, hier einfach eine Runde zu drehen, oder? Muss ja, ne? Muss ja. Ich kann nicht mehr... Können wir mal ein Pummelparty spielen? Wir können auch mal ein Pummelparty abmachen. Da können wir mehr Leute mitmachen. Ich kann nicht mehr, ihr Wichser. Wirklich, da können wir acht Leute einladen. Ist das Blutsauger oder Wichser gesagt? Ich kann nicht mehr, ihr Wichser. Wie funktioniert der Scheiß in dir eigentlich? Der Wichser ist Wichser. Kriegt ja eigentlich... Oh, richtig gut. Das hat noch nie jemand bis dahin geschafft. Oh mein Gott, so ein Blutsauger. Ich kann nicht mehr. Was, Alter? Kennt ihr nicht dieses Video von dem Typen, der so sagt... Ja, klar. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Ja, immer klar. Das ist das beste Video auf YouTube. Ja, gib einfach mal ein, ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Und dann guckst du dir an. Das ist wirklich Gold. Das wird dein Leben verändern. Und du bist mein Spirid Animal. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Ihr Blutsauger. Ihr habt mir alles genommen, ihr Blutsauger. Maluna kann sich nicht entscheiden. Nein, Quatsch. Ein Glück, sie fällt dir. Junge, ihr kriegt alles in den Arsch geschoben. Ich kann nicht mehr. Ja, wie im echten Leben bei mir. Ich kann nicht mehr. Menni, ich spiele. Heute läuft es ein bisschen bei allen, ne? Ich kann nicht mehr. Oh nein. Wieso nur? Pilz durcheinander. Nein, nein. Was ist das denn? Ich kann nicht mehr. Nicht durcheinander. Ist der, wie du es bei Frauen hast? Oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Heute haben sie wieder einen Pilz durcheinander. Sie haben ein ganz schönes Pilz durcheinander. Okay, wir müssen darauf achten. Oben rechts, ne? Der Toad. Das ist so nice. Der Toad zeigt oben rechts immer das Bild. Ja, ja. Wer ist denn? Spieler? Ah, nein, du Schwein. Ich habe auch nur so gemacht. Es passiert doch nichts. Wie das aussieht. Timurus kann nicht mehr. Ich 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 habe Angst zu springen, weil das bedeutet oft. Nein, du Schwein. Du Schwein. Du hast den Ding. Jasmin ist dead. Ihr habt Jasmin getötet. Ich bin ein Blutsauger. Ich kann nicht mehr. Manu, du weißt, was das bedeutet. Rächtet meinen Tod. Ja, bei dich. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Nein. Ihr Blutsauger. Ich habe euch alle. Das habt ihr nur davon, dass ihr so Blutsauger seid. Nein. Machen wir jetzt 3 vs. 1. Ich kriege 3. Das Spiel macht mich fertig. Yes. Ich bin am Ende. Mit deiner Kraft. Oh ja, jetzt geht es in die andere Richtung. Das ist scheiße. Ich glaube, jede Runde sogar. Ja, und ich habe kein Item und kann nicht mal bis zum Stern laufen. Bis zum Stern sind es 12 Felder. Du kommst nie zum Stern. Ne, ich habe ich wirklich nie. Ah, ich finde es 3 vs. 1. 3 mal. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Oh, was ist das? Guck mal, aus deinem Popo, was da rauskommt. Was ist das Stern drin? Kleiner Geldscheiße. Nicht schlecht. Sie münzen nämlich auch ihr Blutsauger. Kann man sich schon mal gönnen. Ich gehe jedes Feld jetzt in dieser Map ab mit 1. Okay, perfekt. Dann kannst du alles mal anschauen. Genau. Ich sage immer, in der Ruhe liegt die Kraft. Okay. Der Blutsauger. Ja, jetzt ändert sich ja wieder das Feld. Das ist wieder scheiße. Die Hundepfeife kann sich einen Stern woanders hin tun. Yes. Ich kann eine Raubtruhe kaufen. Klaue einem Mitspieler ein beliebiges Item. Oha. Okay. Dann kannst du aber keinen Stern mehr leisten. Aber das wäre richtig krass, so im Late Game, wenn einer diese goldene Dings hat. Ah. Mhm. Ich probiere mal eine Hundepfeife. Simon will einfach nur den Trödelstern. Deswegen geht er nur ein Feld. Oha. Nein. Es dreht sich wieder. Oh, das ist gut. Wieso? Ich glaube, das ist gut, weil dann dreht sich das ja gleich nochmal. Ja. Timoros hat den Stern. Sicher. In der Tasche. Super, super. Oh no, 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 no. Auslos kommt nochmal jemand auf so ein Ereignisfeld, oder? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, die Blutzeuge. Oh, 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 oh. Ich kann nicht mehr. Oh, da war ich. Oh, 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 oh. Oh, was passiert jetzt? Du kannst dein Item fangen. Du musst nach links und rechts rennen. Der große Deko-Tree. Du musst nach links oder rechts rennen, je nachdem. Okay, okay, okay. Okay, super. Eins gibt dir Münzen, eins lässt sich nochmal würfeln. Oh, ich bin dumm. Ja, aber auch gut Münzen, oder? Ja, das lässt du doch sehen. Oh, H3 Münzen, Junge. Das lässt sich sehen. Du, kann ich auch nichts sagen. Ein Gönnerbär. Yeah. Ja. Kratzende Kufen. Oh nein. Da müssen wir im Kreis, im Kreis. So ein Rotz. Das ist mein bestes Game. Das ist mein bestes Game. Guck mal, wie schnell ich bin. Ich überrunde gleich alle. Ich zeig's es nicht. Nur nach links drehen. Okay, lass nicht üben. Lass nicht üben. Doch. Simon kann nicht mehr. Er redet nicht mehr. Ich kann nicht mehr, wie Herr Blutsager. Okay. Wieso krieg ich das nicht hin? Ich krieg gar nicht hin. Voll der Scheiß. Voll der Scheiß. Idioten. Aber ist nur mit A, ne? Ja. Okay. Okay, gut. Scheiß. Möge der oder die Beste gewinnen, ja? Sexismus. Warum? Dass du gleich wie beiden wünschst. Das ist doch. Scheiß. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Scheiße, scheiße. Ich muss die Kurven nehmen. So, wie sie kommen. Oh! Oh, Jasmin hat mich nach vorne geschubst gerade. Voll gut. Let's go! Let's go! Du hast mich richtig nach vorne gebumst. Let's go! Also, also, game! Yoshi ist in Topform, aber er kann trotzdem nicht mehr. Er wirft nur eins, aber die Spiele macht er wie ein Boss. Er kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich sag euch, Leute. Auf mich ist mal Lachen. Aber ich kann nicht mehr. Die ist der beste Yoshi in the game. Let's have focus. Wie geht's? Loll, nur die Mitte hat sich gedreht. Nee, alle. Nee, nee, nee. Bei mir nur die Mitte. Fall auf zu halluzinerzieren. Halluzinerzieren? Oh, die erste Seite, die keine drei ist. Mal gucken. Mal gucken, ob ich nicht. Die keine eins ist. Oh, nicht mal zum Shop. Nice. Nicht mal zum Shop. Gönnung. Aber kannst du nicht nach rechts gehen und dir... Ein Item holen? Ja, könnte ich. Oder ich gehe einfach zum Shop. Aber der Stern verschwindet ja, nachdem jetzt einer gewöhnt. Ja, der verschwindet, sobald er einer gewöhnt hat. Oh Gott. Deswegen kann ich auch nicht mehr, ihr Blutzon. Ich auch nicht. Das macht mich fertig. Neun. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hätte jetzt... An deiner Stelle hast du kein Item oder sowas. Oh mein Gott, wir mussten nur vier Felder gehen und hätten den Stern geschenkt bekommen. Ich habe eh die Arschkarte, mir fehlt noch ein Groschen. Ja dann? Mach den Peschwürfel auf dich. Mach den Peschwürfel auf dich. Oh nein. Oh, Peschwürfel wäre stark gewesen. Du hättest den Peschwürfel auf dich selber machen können, dann hättest du maximal drei Felder laufen können. Aber dann hätte Tim den ja trotzdem bekommen in der nächsten Runde, oder? Nein, du hättest den... Ah. Tim, ja, ja. Okay, du hast recht. Ja, ja, hast recht. Ich gehe weiter. Ich hole mir noch ein Item. Hier werden wieder Freundschaften zerstört. Ja. Will sie das Item kriegen. Okay, ich merke mir, wo der kleine Bowser ist. Hey. Ich merke, wo der Schlüssel ist. Ich will den goldenen. Ich will den goldenen. Mann. Was kannst du überhaupt? Oh, was war da los? Was war da los? Was war da los? Nein. Ich bin müde. Ich darf das. Ich bin müde und aggressiv bin ich. Gnüdi. Gnüdi. Gnüdi, gnüdi. Erzähl mir jetzt nur. Was ist heute passiert? Was ist heute passiert, dass du so drauf bist? Was ist passiert? Zu viel gearbeitet. Oh nein. Einfach am Hasseln. The Hassel is real. The Hassel is real. Wie viel schläfst du so im Durchschnitt? Ich gucke schon, dass ich so sechs Stunden hinkriege. Boah. Anders geht's nicht. Krass. Seltsam starb? Bitte pass Malula nicht so. Warum hältst du mal immer so? Malula? Oh nein. Sechs Stunden ist überkrass. Was nimmst du? Rechts oder links? Weiner nicht. Weiner nicht. Okay. Ist eh pech. Achso, ich muss auch starten. Dieser knackige Po. Was fällt mir gerade erst auf? Nice. Die Minus-Münzfrucht. Oh. Du Ries, das wurde jetzt abgezogen. Vielleicht 13. Oh mein Gott. Aha. Okay. Minispiel. Okay, let's go. Ich hätte trotzdem zu einem anderen Punkt gehen sollen. Einfach. Ich mache decision-making ist echt schlecht. Warum alle gehen nicht? Oh ja, Geld am laufenden Band, Mann. Oh, das ist the worst. Das ist das einzige Eins-Versus-Drei-Spiel, wo wirklich die einzelne Person Nachteil hat. Also man kann nichts machen, außer... Was für ein Nachteil? Bist du doof? Ja, guck doch mal. Ich fall hin. Okay. Leute, wir als Team müssen uns aufteilen, okay? Mhm. Okay. Ich gehe rechts. Da, wo wir spawnen, bleiben wir. Ich muss jetzt richtig reinhasseln. Ich muss jetzt richtig reinhasseln jetzt. Und rechts genug. Aber wir müssen doch auch auslenken. Du hast auch versucht auszuweichen, aber bleibt immer da. Holt euch die Münzen, die ihr bekommt auf eurer Seite. Versteht ihr? Ja, ja. Keine Hasseln. Keine Sorge, wir sammeln die Münzen eher als Team. Wir sammeln die Münzen eher als Team. Echt jetzt? Ja, ja. Wir sammeln die Münzen als Team. Ach, geil. Nein! Wichtig ist, jetzt schön, Münzen sammeln. Scheiße. Donkey Kong, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Scheiße. Donkey Kong wird geblockt. Scheiße. Ich habe eine Münze verpasst, leider. Ah! Nein! Nein, nein, nein. Sehr schön. Wir haben elf Münzen, zwei, eins, zwei Münzen gesammelt. Sehr gut, Team. Sehr gut, Team. Geil. Jetzt habe ich Lust auf Kuchen. Oh ja, auf Plätzchen. Wie letztes Mal. Mit der Kuchen-Map. Ich will Plätzchen. Aber das wurde doch anders aufgeteilt. Wir haben alle eins, zwei Münzen bekommen, oder? Nee. Doch. Jetzt dreht er wieder seine Scheiße da um. Das mache ich auch immer. Denk doch mal, du hattest eben neunzehn Münzen. Dir fehlt dir eine Münze bis zum Stern. Dir fehlt dir eine. Ach so. Dir fehlt eine Münze. Jetzt hast du 40, also 21 hast du bekommen. Jeder hat 21 bekommen. Okay. Ja, die Scheiße muss man drehen, dann weiß man, wo wir mal drin haben. Ein Kind. Nehmen die in die Hand? Oh, Waffeln bestellen? Ja. Oh, was? Oh, jetzt wäre richtig geil. Kann man nicht? Okay. Was gibt es denn hier schönes? Einen Dreifachwürfel oder einen Glückszahlwürfel? Das ist natürlich die Frage. Beides der verlockende Würfel. Ja, aber einen kann man nicht. Ja, das war schade. Will ich weiter würfeln oder will ich eine genaue Zahl würfeln? Das ist die Frage, liebe. Oh, bei mir macht der Waffelladen in 10 Minuten zu. Wieso habt ihr alle Waffelladen? Ja, dann habt ihr aber noch, bei mir ist überhaupt nichts mehr offen. Bist du eigentlich in Berlin? Nu? Nö. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Ich kann mich nicht entscheiden. Dreifachwürfel oder Glückszahlwürfel? Was sagt ihr? Ja, man kann sich nicht entscheiden. Man kann sich nicht entscheiden. Man kann sich nicht entscheiden. Ich kann nicht mehr wirklich. Ich kann mich auch nicht mehr entscheiden. Nehmen den Dreifachwürfel. Du hast noch genug Cash. Ich nehme die Nummer drei. Die Nummer drei. Du kommst noch ein bisschen was in Krypto rein, und dann hast du es wieder drin. Okay, ich habe die Dreifachwürfel genommen. Ein paar NFT's gekauft mit nur Griller. Und eine Armbinde. Let's go. Wir den Boodie rausstrecken. So. Jetzt bitte keine Eins. Eine Eins wäre aber Glücksfeld. Das wäre sehr glücklich. Oh mein Gott. Ich werde verrückt. Das kann doch gar nicht sein. Das geht doch gar nicht. Was ist denn hier los? Vor allem ist das Allerschlimmste, dass er jetzt noch ein Item bekommt, aber niemand anders hat Chance auf den Stern, weil niemand in der Nähe ist. Ich hätte doch in die Richtung gehen müssen. Ja, du hättest in die Richtung gehen müssen. Das geht doch nicht. Und ich hätte meine Goldschwürfel holen sollen. Du hättest den Pechwürfel nehmen müssen. Wie ich gesagt habe, Gnu. Wie ich gesagt habe. Du hast es mir zu spät gesagt. Das war ganz bewusst. Ne, habe ich überhaupt nicht bewusst gesagt. Du hast so schnell gewürfelt, da konnte ich gar nichts mehr sagen. Das war das Problem. Es ist mir eigentlich egal. Ja, ich werde hier richtig kirre gerade. Bringt es jemandem was, wenn ich es wechsle? Ne, bringt keinem was. Gar keinem. Bringt gar nichts. Es ist alles gelaufen. Maluna hat die Kontrolle. Das ist halt. Sie ist eine Sadistin. Okay, wie kann ich da raus jetzt? Hallo. Meine Geduld wird strapaziert. Oh, du bist auf die Bank gekommen. Eigentlich müsstest du jetzt Geld kriegen, aber weil kein Geld drin ist, musst du trotzdem bezahlen. Ich hasse alles. Ach so, du bist egal. Oh, du bist sechs abgezogen. Oh mein Gott. Oh, es gibt doppelte München. Oh nein. Maluna, bitte. Das zerstöre uns nicht, bitte. Ich will immer flüssig bleiben. Immer schön flüssig bleiben. Oh nein, das ist dieser, wo du uns platt willst. Das ist die, wo du uns platt willst, ja. Dieser andere Pain. Was ist das? An wem müssen sie plattweisen? Ja, wir müssen Maluna töten. Einfach nur auf sie rauf. Maluna, Bock zu sterben? Ja, okay. Are you ready to die? Leute, komm, wir müssen sie holen. Wir müssen sie holen. Ich klatsche das. Wir müssen sie holen. Los, wir müssen sie holen. Wir müssen sie holen. Komm her, Maluna. Das ist ein richtiges Sadistenspiel. Da klatscht es erstmal ordentlich. Are you ready to die? Oh Gott, sie täuscht an. Sie täuscht an. Geh, mach die Lücke zu. Hoch, 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 hoch. Timbrus. Ja. Runter, runter. Gluck, runter. Oh mein Gott. Timbrus, hoch. Nein. Los, Leute. Jetzt. Was ist da los? Nein, als ob sie jetzt witzig ist. Maluna, du bist eine Drecksau. Das war strong. Das war strong. Das war strong. Oh mein Gott. Du bist ja eine Drecksau. Du bist ja eigentlich neu. Easy 1v3 clutch. What the fuck. Das war frech. Du bist ja the best player in the game. Hey, my girl. Hey, let's go. Actually cracked. Sie ist einfach cracked. Sie ist einfach cracked. Keine Sorge. I got this. What the fuck. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Sie ist cracked. Sie ist einfach cracked. Was soll man sagen? She's on crack. Oh. She's on. Aua, streamer. So, Tim. Der Stern wird dein. Erst bei Yoshi. Eine 18 kannst du nicht würfeln, oder? Eine 18? Unterschätzt den Oggi nicht. Okay, du sagst, ich kann keine 18 würfeln. Oh mein Gott. Dann werde ich das jetzt tun. Oh nein. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Dann werde ich das jetzt tun. Warum habe ich das gesagt? Oh nein. 3 1 sind. 3 1 sind. 3 1 sind. 3 1 sind. Oh doch. Wenn ich jetzt eine 10 würfel, kann es doch passieren. Okay. Ich habe nur noch eine Chance, eine 10 zu würfel. Eine 4, eine 4, eine 4. Ich kann nur eine 10 würfeln. Man, ich festiere die 4. Eine 10. Ah, schade. Ist fast eine 10. Junge, eine 9 mit 3 Würfel. Musst du dir mal vorstellen. Eine 9 mit 3 Würfel. Das musst du dir einfach mal vorstellen. Ja, ist schon cool. Stell dir mal vor, du. Musst dir einfach mal vorstellen, Alter. Imagine einfach. Der Würfel kann nicht mehr. So. Okay. Wie viel kann es noch laufen? Wie viel kann es noch laufen? 5. 5 noch. Super, super, super. Aber you tried. Dass du das Risiko genommen hast, finde ich geil, Simon. Ja, ja. Manchmal muss man. Ja, ja, genau. Wie, da? Manchmal muss man im Leben auch full Risiko gehen. Ich gehe immer full Risiko in meinem Leben. So. Wenn du zum Beispiel mit Neon auf, äh, A-Code piekst auf Bind. Das ist es. My time to shine. Ja, Simon, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Sometimes all I think about is you. Late night in the middle of June. Let's go. Nee, ich wurde nämlich nicht. Warum? Weil es hat noch niemand mit dem Krieg angefangen. Deswegen klaue ich auch niemand. Eine Pfeife. Eine Pfeife. Einfach eine Pfeife. So kann ich eine Null würfeln? Nee, nee, minus eins. Ich könnte eine Hundepfeife machen und dann wäre der weg. Mach das, mach das. Nein, niemals. Der erste Stern geht an Tim Horus. Oha, eine Maschine. Diesmal bin ich nicht enthusiastisch, weil ich weiß, wie es endet. Kann, wenn es gut läuft. Stimmt. Die letzte Mal immer letzter geworden. Ja. It hurts. Ivo Profax, ich kann nicht mehr. Emotional Damage. Ivo Profax. Aha, er ist also direkt hier. Emotional Damage. Emotional Damage. Das ist mein Lieblings-Meme einfach. Du bist mein Lieblings-Meme. Oh. Oh. Wie du guckst, wenn du wohl das... Wie du guckst? Soll ich? Nein, mach guckst du. Spaß. Mach. Wie guckst du? Mach mal auf hier. Bin ich da? So. Ivo, Shino, Barmich. Wo wäre denn das Richtungsfeld? Ach, da. Ach, die Fresskasse. Oh, die ist das teure Vögel. Okay. Die Fresskatze? Die Fresskasse in Frankfurt heißt die anscheinend. Wusste ich auch nicht. Es gibt in Frankfurt wirklich so ein... Du machst einen Schritt auf diese Straße und plötzlich ist alles teuer. So zwei Welten einfach. Geil. Zwei Klassengesellschaft. Zwei Straßengesellschaft. Ja, ich bin ja einfach in Frankfurt in der Stadt. Das ist krass. Laufen auch alle plötzlich ganz andersrum in der Gegend. Genug. Genug. She is the only one. Ich habe ja eigentlich eh die Arschkarte, ne? Nein. Ist noch alles drin. Wieso? Ich kann auch nur in eine Richtung gehen. Zwei. Sehr gut. Ihre. Ihre. Oh. Glücksfeld. Da kann man aus dem Hintern raus. Das passiert mir öfter. Das versteckt der Stern. Das sage ich nur, ich kann nicht mehr. Alter. Oh, okay. Ich kann nicht mehr. Komm mal, Simon. Stern ist echt selten, ne? Stern ist selten, ja. Simon, du kleiner Mist gönnerst. Ich gönne, ich gönne, aber, ich kann er nicht mehr. Er hat seine Praxis bei der Fressgasse und trägt nur Prade. Hey, warte, ist der Stern hinter mir? Ja. Ja. Direkt hinter dir. Du bist hinter dir. Jetzt will ich aber einen Schrei hören. Okay. Okay. In a word divided by fear. One Affe. One Affe. Can change the world. Oh, für fünf ganze Sternen klauen? Oh. Was? Oh mein Gott. Du bist so russisch. Du Scheiße. Oh mein Gott. Maluna hat sich Honig genommen. Oh mein Gott. Du bist so eine dreckige, kleine. Maluna hat so Honig. Das bin ich. Oh, nee. Maluna hat so Honig genommen. Oh mein Gott. Du bist so ein Wichser. Das bin ich. Oh. Maluna hat sich so richtig. Oh, ich will schlimmere Sachen sagen. Das würde ich jetzt privat zu dir sagen. Sag folgendes. Sag folgendes. Sprich mir nach. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Ihr nehmt mir alles weg. Ihr nehmt mir alles weg. Ich glaube, ihr würd sich zusammenfassend, ich kann nicht mehr. Ich hab keinen Stern mehr. Ey, maluna klaut mir immer alles, ey. Ach, das Spiel von Squid Game, wisst ihr? Ah ja, das ist witzig. Das ist kein Klauen. Das ist halt Teil. Das ist Glück. Das ist Lack. Also ich sag euch eine Sache. Ich nehm immer Grün. Und wenn mir jemand Grün wegnimmt, dann haben wir ab dem Punkt Krieg. Okay? Okay. Gut. Sag mal, was sind das hier für Regeln? Ja, ich bin Yoshi. Ich brauch Grün. Also Chad, welche Farbe nehmen wir immer? Mann, ich brauch heute wirklich mal Welpenschutz. Ich bin immer Letzter. Bowser, bitte mach kein Auge. Bowser, oh, das ist so ein Glücksspiel. Ja, let's go. Maluna, das darfst du nicht nochmal machen. Okay. Macht sie eh. Wie er betet. Oh nein! Ja! Maluna, nein. Sie haben mich angelogen. Oh, scheiße. Ich hab dir auch gesagt, nehm ich Lila. Auf keinen Fall Lila. Nie Lila nehmen. Nie Lila nehmen. Nie Lila nehmen. Oh, weiß darf er auch nicht. Ne, hab ich gesagt. Hast du gar nicht gesagt. Simon? Ja. Ich bin immer Team Gelb. Oh Gott. Okay, jetzt ist 50-50. Die Sache ist. Aber dann sterb ich ja eh, wenn du jetzt nicht stirbst. Nein, nein, dann geht's neu los. Die Sache ist, wie hoch es wahrscheinlich gerade zweimal Lila ist. Alter, wenn du jetzt nicht grün nimmst. Ich nehm nicht grün. Ich nehm nicht grün. Ich hab's gewusst, Lila. Ich hätte bei grün bleiben sollen. Ja, warum machst du das nicht? Ja, weil ich dachte, zweimal Lila. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dreimal Lila ist? Ja, dreimal Lila ist mit gar nichts, oder? Du hast nachgedacht. Das war der Fehler, Simon. Das ist dreimal Lila. Das gibt's doch nicht. Das ist dreimal Lila. Das ist scheiße. Nie wieder Lila. Okay, nie wieder Lila. Das Game ist mit mir. Maluna ist nicht mit mir. Lila, ich bin schon angeschafft. Ich möchte, dass ihr alle im Chat jetzt die Lila sind und eure Farben sofort wechselt. Lila habt jetzt Pechfarbe. Chat, macht euch alle Lila. Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein schlechter Scherz. Liebe, Liebe, Liebe. Runde sieben. Ich hab einfach manifestiert. Ich würfel einfach jetzt irgendeine kleine Zahl. Mach mal, mach mal was Kleines, was Süßes. Was Kleines, was Kleines, Süßes. Chicky. Und nächste Runde kann ich schon wieder nicht... Hier we go. Dem Hobus macht Pfeife, dann ist es den Stern in der Nähe. Mach ich auch, Alter. Weil der ist so weit weg von allen. Keiner hat Bock mehr auf diesen Scheiß. Oh, hier. Wenn du jetzt Glück hast, komm direkt vor dich und kannst ihn direkt in dieser Runde holen. Ey, das wär so krank glücklich. Weil du kannst ja jetzt auch würfeln. Imagine. Du brauchst noch ein bisschen Glück. Imagine einfach. Wie da einfach hier verprügelt wird. Oh, der Prügel, der Prügel, der Prügel. Tim Horus. Ja. Da kommt er, da geht er rein. So weit weg, ne? Jetzt ist, jetzt ist, äh, Tim Horus und Gnu sind am nächsten dran. Ich bin so weit weg, Alter. Oh, no. Glücksfeld. Wie das Lila gespampt wird. Ehre. Ja, bei mir auch. Jetzt machen sie alle Lila. Ich lasse euch. Oh, eine Hundepfeife. Noch eine. Aber Lila schützt vor Schwangerschaft. Another one. Lila schützt vor Schwangerschaft. Macht es wirklich? Ganz einfach aus. Man sagt, Lila ist die Pfade, der sexuell frustriert. Passt zu mir. Warte, lass mal gucken. Habe ich eine Chance, das hier zu rocken? 35, das schaffe ich nicht. Oh mein Gott, mein ganzes Chat ist Lila. Ach, man kann immer nur ein Item nehmen. Nein, man kann auch einfach Kargäts nehmen. Ach, Mann. Willkommen im Itemladen. Ne, noch nichts, was ich irgendwie interessant finden würde, glaube ich. Oder wohl, vielleicht. Doch, wenn wir uns mal. Oh mein Gott. Sie können es nicht einfach haben. Was will das jetzt? Okay. Ach, Mann. Wie das Finanzamt. Okay. Das Finanzamt. Ist komm. Ist auch zugeschlagen. Oh. Beautiful. Oh. It's true. And I saw your face. In a crowded place. Hm. Hm. In a crowded... Ich schweine auf, Lila Herzen zu posten. Nein. Doch. Ich habe kein Verständnis. Ich zocke mich einfach ab. Warum habt ihr so viel Glücksfelder? Warum habt ihr so viel Glücksfelder? Was soll das? Was soll die Scheiße? Was soll das? Oh mein Gott. Die kriegt alles in den Arsch geschwollt. Ich raste aus. Ich kann nicht mehr. Der Lied ist wieder da. Ich kann nicht mehr. Aber ja. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Minispiel. 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 Ich kann nicht mehr. Gönn mir. Ungegönnt. Regentanz. In dieser hohlen Gasse. War das die Fressgasse? Ja, ja. Oh. Was ist denn in dieser hohlen Gasse? Kettenhund stoppen. Wie mache ich denn das? Mit A einfach. Du musst quasi versuchen, ihn so nahmöglich an dich ran zu lassen. Oh, okay. Das war wohl nix. Das kenne ich ja gut in dunklen Gassen, ne? Let's go. Als Frau, so hast du diesen Sensor. Dann let's go. Du kleiner Rabauke. Du kleine Maus, du. Du küsst eine kleine Maus. Du küsst eine kleine Maus. Komm her, du kleine Maus. Hä? Alter Glue. 0,1 Meter. Jasmin einfach 0,1. Frank ist so ein Dreck. Ich hab's an meinem Aß gespürt. Ich hab geintet. Er hat schon gehaucht. Ich habe wie immer ge... Hier riecht's so mies nach Ioli. Es gibt halt oft so viele Spiele, die... Was ist das? ...eine Belastung sind. Für meine... Für meine Tüche. Belastung. Eeeh. Runde 8. Das wär doch gelacht. Das wär doch gelacht. Das wär doch gelacht. Nach Ioli. Das ist so Knoblauchcreme, Leute. Mh. War ja geil. Ich find die ganze Wohnung danach liegt. Könnt ihr pfeifen eigentlich? Sssss. Ssss. 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 Komm, komm, komm. Simon, kannst du pfeifen? Ssss. Komm, 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 komm. Ja, ja, komm, komm. Nur beim Einatmen. Ja. Beim Ausatmen. Zeig mal, zeig mal. Das war Einatmen? Ja. Oh, was ist da da oben, Mann? 13 schab ich nicht. Kann nicht mal so pfeifen hier. Mit den... Mit beiden Fingern. Und dann... Also so, ne? Oh, wenigstens mal ein Glücksfeld Immerhin Ich glaube, ich werde in dieser Runde keinen Stern bekommen Doch, das wird kommen Zur Not klaust du mal Luna ein, weil die klaut dir eh immer Nein, das machst du doch nicht Du bist eine Diebin, du bist eine kleine Diebin Nein, Quatschi So, dafür gibt es jetzt erstmal eine Pfeife Nein, warte, warte Ich hätte dir noch einen besseren Tipp gegeben Hättest du den Glückswürfel genommen, wärst du jetzt auf die Bank gegangen Hättest du das ganze Geld bekommen Oh, Simon Ehre Mann, Tim, ey Ja, man muss manchmal, ne Eigentlich wollte ich nur nicht, dass du den Stern mir vor der Nase wegnimmst Oh, nee Ach, nein Er war direkt vor mir, er war direkt vor mir Ich raste aus Scheiße Scheiße Er war direkt vor mir Ist das ein anstrengender Scheißer? Nein Wenn wir diese Runde mit einem Stern beenden Und den einzigen Stern, wenn das Malunas Stern ist, den sie geklaut hat Ja, das finde ich Dann raste ich aus Okay Goldröhre, gönn dir High Risk No Reward Das ist kein High Risk Das ist aber nicht genug Geld Ja, ich muss da eh noch ewig gehen Okay, ab jetzt gibt es also Goldröhre im Shop Okay Kann ich meine Zunge rollen? Nein Ich auch nicht Ich schon Echt? Kann ich damit auch Geräusche machen Oha Ich habe das Geld am Anfang weggenommen, dann hättest du sich Aftige genug genannt Aftige Aftige, genau Aftige 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 Und dann so immer Haftbefehl Aftige ist genug Aftige Ach so und jetzt Ach so Ach, es war zu hoch Ach, man darf nicht zu hoch machen, okay, das wusste ich auch noch nicht Ich habe noch niemanden gesehen, der so stark geschlagen hat Nein, 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 ich habe noch niemanden gesehen, der so euch Das wusste ich aber nicht, das wusste auch gar nicht erklärt worden Keiner, das wusste keiner Ich wusste es Wusstest du das? Epic Fail Epic Fail, einfach Ich bin traurig 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 Das muss ein Dease-Clip werden Okay, jetzt aber Der ist gerade Turm? Maluna, sie ist die einzige Sterne Maluna, sie ist die einzige Sterne Ja, ich möchte nochmal anmerken, sie hat den Stern geklaut Nein, ich habe den mehr verdient Sie kauft nichts Ein Ereignisfeld Oh, das heißt aber, dass der jetzt in der nächsten Runde nochmal gedreht wird, ne? Optimal, optimal Im Optimalfall bleibt keiner liegen Leben auf dem Asphalt Das ist 187 187 Schöne Waffeln Münzbart Oh, Münzbart ist Scheißspiel, da kriegt Jela Geld Ich will nicht das Jela Geld Jetzt mal muss ich besser Oh, das Mit merken, ne? Mhm Oh ja, ja, okay, mach go Achso, okay Yay, yay, yay Okay Hier wird jetzt ordentlich gesammelt Okay Let's go Okay Konzentration jetzt Start Zwei Okay, noch ein hintereinander Genau Ja, let's go Dann noch einer Alles Wattel Vielen Dank, ich muss mich kurz konzentrieren Oh, ich habe mich drauf geachtet, Scheiße Dann hier Dann hier Dann hier Fail 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 Okay, 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 okay We going up there Ja Verdammt Oh Okay, 20, let's go Ja Let's go 17, das reicht Easy Das ist gut Optimal Das ist so random Du bist random Hä, wieso bin ich in die Richtung? Ist doch nicht optimal Ich dachte, was meinst du mit optimal? Ich dachte, der Stern ist Das war eine Ironie Er rastet aus, er kann nicht mehr Ich drehe euch das für euch Auf Ehre, hier Könnt ihr da lang gehen Danke, Simon Im Optimalfall Also im Optimalfall Bleibt keiner liegen Oh, ich habe 30 Das ist gut Damit mal Luna noch einen zweiten Stern kriegt Einmal der Ehrenmann Ah Ja Nein Nein Okay Ich dachte, dass Bowserfeld zählt Oh mein Gott Oh, noch eine 10 Ja Ich hätte sogar zwei Sterne jetzt bekommen Passiv Nein Ja Nein 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 Nicht mehr Jetzt mal ganz im Ernst Stellt euch mal vor Mal Luna wäre keine Diebin Dann hätte ich zwei Ja Stell mir die mal vor Aber zittern nicht Zittern nicht Genau Zittern nicht Oh mein Gott Immer noch optimal Oh mein Gott Einmal hättest du gönnen können, Maluna Ich fand noch nie die erste Maluna kriegt jetzt direkt ein Stern geschenk Ach, der ist wirklich da Ja Direkt vor Maluna, ja Ja, ich kann da noch laufen Geil Aber auch nur, weil ich Maluna den Weg freigemacht habe Ja, das war richtig optimal Oh nein Nein Ich will nicht Ich will nicht Fült den Baum Genau Zittern nicht Ich will nicht Du musst eins nehmen, oder wie? Ja, leider Umkehrwürfel Was macht der? Wow Ach, zurück Sieben zurück Ja, das kann ja eigentlich auch gut sein Das will ich nicht Oh, Glücksfeld Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist super krass Das ist wirklich so stark Ey, ich möchte allen danken, die mich jemals supportet haben Oh, sieben Doch, ne sieben Das ist immer dieses Hin und Her von Spot zu Spot So, besteht denn überhaupt eine Möglichkeit, dass ich an den Stern rankomme? Gar nicht so unwahrscheinlich Das wäre nicht Böse, wenn ich diesen Move begehe Das wäre natürlich nicht optimal Aber ich würde es dir lassen Oh, das ist so edel von dir Mal gucken, weil ich schaffe es auch gar nicht Vielleicht schaffe ich jetzt dreimal die einen Das wäre unwahrscheinlich Oh, bitte Bitte nicht Oh Gott Geil mir nicht böse Oh mein Gott 24 Was? 2 Zehner Krank Ich dachte, ich intel mal rein Und noch eine Goldröhre Kauft ihr was für einen? Oh, jetzt wird es gefährlich Ich glaube, für uns jetzt wird es schwer Weil Gnu hat jetzt auch zwei Sterne Das ist ja prima Ich wollte meine Röhre immer schon mal vergolden lassen Fuck Es gibt ein Item Da kann man ein Item klauen Nach der Wahl Das wäre gut jetzt Jetzt schild mal Ich habe eh nicht mehr genug Geld Ja Nach dem nächsten Minispiel schon Aber wenn du Genau Wenn nächstes Minispiel kommt Gnu, schön Was hat denn jetzt gegen mich? Ich bin immer noch nicht Erste Ich bin stolz, habe ich doch gesagt Achso, okay Dann ist gut Ich bin wenigstens Ich bin wenigstens Letzter mit Stolz Was soll ich dazu sagen? Oh, direkt bei Tim Horus Oh nein Oh nein Oh Das ist das Ich wollte meine Röhre einsetzen Du kleine, dumme Saur Gib mir deinen Stern Oh mein Gott Tim Horus kriegt jetzt nichts Das ist dann einfach Einfach geschehen Mir bringt es ja eh nichts Doch, doch Wenn du Tim Horus wieder eine schlechte Zahl würfelt Oder In einer Welt In der ich jetzt Ein Minigame gewinne In einer Welt In a world Ihr werdet eh Divided by fear Ihr werdet eh ein Teamspiel bekommen Weil ich rot bin Und ihr war alle blau Das heißt Wenn ihr gewinnt Kriegt Tim Horus auch genug Münzen Für den nächsten Stern Yay Ein Ereignisfeld Da wird der Baum ordentlich geschüttelt Und was kommt? Oh, jetzt kann sie mehr würfeln Ach, come on Glück gehabt Wegen sie sich aufs Bowler fällt Ja, stimmt Imagine Imagine In a world In a world Alle gegen die Aussie Das ist hart Ja Nur wo Kuss Das ist hart Requisitenraten Ach, das ist schon wieder Diese Scheiße Das ist einfach ein Rutschspiel Nicht absprechen Machen wir nicht auf absprechen Kuss, die hast du Let's go Doch, wir sprechen uns ab Nein, absprechen ist assi Lass immer alle nach rechts gehen Okay Ja So, Patrick Hä, wie komm ich wieder zurück Okay 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 Maluna Achso, ja, ich bin rausgetappt aus Versehen Oh Oha Oha Sie ist einfach die Taberin Sie ist am One-Tabben Pass Ja Wollen wir nach vorne gehen? Ich glaube, der Busch Da wird jemand sein Du bist scheiße Du bist scheiße Oh, zwei Oh nein Oh nein Du musst Carine Nu, wo gehst du hin? Gehst du zum Baumstamm? Gehst du zum Pilser? Oder gehst du zum Stein? Ich glaube, du gehst zum Stein Deswegen werde ich den Stein jetzt drücken Ja, mach das Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich hab doch X gedrückt Okay Jetzt würde ich gerne meine höhere Zahl Wir finden als eine 1 bis 4 Weil Yoshi ist so süß, ey Oh, ich wünschte, ich hätte so einen gelben Yoshi als Prüschi Warum werf ich nur 1 bis 4? Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Aber in unseren Herzen bist du die 1 Danke Oh Oh, jetzt Goldröhre füxieren Ich merke mir für dir den kleinen Bowser Nein, wirkt dir die Goldröhre Okay Ich schwöre oben links, genau Nicht ganz links In der Mitte links Mitte links Oben, genau Die hab ich auch gesehen, ja Ja, ja, Ehre, Ehre Boah, es war Glück im Unglück Ich hatte erst wenig gewürfelt Und jetzt endlich Oh, oh Da hat jemand ne Röhre Und niemand hat ne Klau Warum habt ihr alle so tolle Items und alles und Das ist mein erstes tolles Item Hör auf Achso, achso, ja, stimmt Ich bin da ganz traurig Okay Fuck Okay Fuck I don't wanna look like that Wir sind jetzt Röhrenbuddies Yeah Scheiße Deine auch so hart wie meine Ne, ich hab Ich hab Was Ja, goldene Röhren sind hart Ja Aber Gold ist so ein relativ weiches Metall dafür Das ist halt Eins Zwei Ja, das stimmt Ja, okay Ich mach jetzt was Verrücktes Ich glaube Ich hab halt ja nicht genug Geld Ich geh jetzt zum Itemfeld Hoffe, dass ich Münzen in nem Oder geh ich auf ein Münzenfeld Wenn du auf ein Münzenfeld gehst, hast du auf jeden Fall Ist besser, ne Die Sache ist dem Horus Also Das ist halt ne Glückssache Gehst auf ein Itemfeld Kriegst ein Item Gehst auf ein Blauesfeld Kriegst du drei Münzen sicher Ja Aber du musst halt Du musst halt das für dich wissen Das kann dir niemand vorhersagen Das ist halt eine Glückssache Überleg dir ganz genau, was du tun willst Ich hör auf mein Herz, okay? Ja, hör auf dein Herz Hör auf dein Herz Eins, zwei, drei Und wenn du gewürfelt hast Dann werde ich dir noch eine Sache sagen Im Anschluss Aber ich will dich jetzt nicht verunsichern Oh nein Oh nein Das ist richtig scheiße Oh, er würfelt für den Acht Okay So, jetzt sag ich dir was Es sind zwei Spieler mit einer Goldröhre Die vor dir dran Also ich und Gnu Die vor dir nochmal dran sein werden Aber du kriegst vielleicht Okay Münzener ist auf jeden Fall jetzt genug Aber der Stern wird ja nicht mehr da bleiben Verstehst du? Ach ja, scheiße Aber Gnu hat ja gar nicht genug Geld Ja, deswegen Bist ja Aros Oh Aber ich bin auch nochmal vor dir dran Hey, du bist nicht dran, oder? Du bist doch, warst du nicht erster? Ja, aber du bist doch als zweiter dran Du warst schon dran Oh ja, scheiße Ich bin nächste Runde mal dran Kann man den auf sich selber einwirken? Ja Peshwürfel kannst du auf sich selber einwirken Ja, ja, ja Wenn du kleine Ich meine, es ist ja eh wurscht Am Ende Machen eh alle ihre Goldröhre Aber soll ich dir was sagen, Tim Horus? Ich werde meine Goldröhre nicht einsetzen Ich auch nicht Ich gönne dir den Stern Du bist ein Ehrenmann Habe ich dir schon mal gesagt? Warum? Weil du noch nie erster geworden bist Seit wir gespielt haben Und deswegen will ich dir keinen Stern Vor der Name Liebe Wirklich Ich zeige gerade ein Herz in die Cam Liebe Wir beide so Deswegen hebe ich meine Goldröhre jetzt noch eine Runde länger auf Ich hoffe, es wird mir nicht zu verhängen Ich küsse Deine Augen Ich küsse dein Herz So Es ist minus sieben Oh, es kommt ja auch aufs Glücksfeld Oder? Nicht? Ja, doch Oder? Ja Let's go Das ist stark Das ist stark Let's go Das ist richtig stark Herr damit Das war ein Powerplay von Gnu 20 Münzen ist krank Das war wirklich ein Powerplay Crazy Das Powerplay She's actually cracked Now it's my turn Actually cracked Diese überglückliche Musik macht mich fertig Oh, ich habe so ein Brustmuskelkater Warum? Bankdrücken Dass mir immer die Titten geknett werden Wie viel machst du beim Bankdrücken, Simon? Äh, gar nichts Ich mache 30 Kilo Was? Ja, ich bin Anfänger Okay, ich muss mal vorbeikommen Ich kann die Stange heben, ja Gib Hobus, du bist auf so Fitness-Trip, Alter Was soll das? Ich mache, äh, One Rep Max ist bei mir 135 Ja, du bist doch eine kranke Maschine 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 Vielleicht mache ich auch 40 Aber mehr nicht Das ist meine Grenze, wirklich Ich würde sagen, Jasmin schafft 40 Sie ist ja auch so ein Fitness-Bunny Wie schaffe ich denn? Du schaffst alles No Was du möchtest in deinem Leben Oh Du Fuchs Risiko, Risiko Scheiße Ich musste aufs Risiko gehen Weil Marluna bei mir auf Augenhöhe war Ich musste aufs Risiko gehen Scheiße Ich musste aufs Risiko gehen Scheiße Nein Nein, scheiße Ich habe auch zu gierig Oh, das ist cool Ivor, zu gierig Ich musste aufs Risiko gehen Nein, nein Am Anfang bin ich richtig nach vorne gegangen Und am Ende war ich zu langsam Und dann dachte ich mir Jetzt muss ich nochmal nach vorne brechen Aber ich finde es richtig geil, Simon Dass du da so ein richtig geiles Gym hast Also es sieht auf Instagram Sehe ich das oft Es sieht so geil aus Für Töten dafür Das ist so wie ein Gym? Ja Mein eigenes? Ein Gym gebaut Ich habe es nicht gebaut Ich habe es gekauft Aber ja Ja Nice Vor allem auch so richtig geile Eleiko-Scheiben Und so richtig geiler Scheiß drin Also da hat sich Richtig einer Gedanken gemacht So Ja Wir haben nur Eleiko Und Atlantisgeräte Richtig auf, Maschallam Ja Super sick Aber ja Gib mir was Yoshi, jawoll Oh Los Dann zeig mal Was gibst du mir denn Eine Raubtruhe Raubtruhe Oh mein Gott Eine Raubtruhe Was? Ja, dann kannst du ein Item klauen Oh mein Gott Das ist nicht euer Ernst Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Du wolltest jetzt aber das nicht einsetzen Die Röhre gleich Ne, die Röhre setze ich ein Aber die Raubtruhe Die muss ich natürlich jetzt einsetzen Weil Oh, du kannst ja von Gnu kaufen Ja Ich habe ja gesagt Ich werde die Röhre Welche ich einsetzen Habe ich Tim Hohes versprochen Aber die Raubröhre Die muss ich natürlich Die Raubtruhe Ehre, Ehre Aber kann man überhaupt Zwei Röhren klauen? Vielleicht Schauen wir mal Es gibt nur ein Item Was ich klauen kann Weil alle anderen haben kein Item Oh nee Oh, das ist genau auch noch Die Goldröhe Das ist ein Zufall Was man kriegt Das ist Zufall was man kriegt Also man könnte sich aussuchen Krass Ich hätte auch den Doppelwürfel kriegen können Ich dachte das ist ein Item Seiner Wahl Das ist doch nicht dein Ernst Tut mir leid Was soll ich machen? Heute gab es richtig Ärger Hat sie nicht gesagt Hat sie nicht gesagt Und noch eine Goldröhre Hat sie wirklich gesagt? Okay, alle gegen Unge jetzt Hat sie nicht gesagt Alle gegen Unge jetzt Du hast drei Verpiste Scheiß Gold Was ist denn das für ein Einlauf hier? Und ich krieg noch neun Und ich krieg noch neun Münzen geschenkt Ehre Halt, du kriegst alles in den Arsch gerade Also das war meine letzte Mario Party Runde Nein, Jasmin Hör auf Jasmin Jasmin, hör auf Jasmin Junge, Unge hat drei Röhren? Ja Hä? Ich sag mal so It's my time to shine Er kann jetzt wieder Oh man Yay Jetzt bald Ja Wie sie sich immer freut Danke, danke, danke Yes Was lachst du so? Oh mein Gott, ernsthaft? Was lachst du so? Was lachst du so? Nein, war nur Spaß genug War nur Spaß Was, was hat sie gemacht? Er hat mich gerade beleidigt Dein Spaß Hat er dich gehaterated? Nein Okay Okay Ich glaub, da wären wir alle raus Wenn du das sagen würdest Wieder steuern Wollen wir nicht im Sommer zu Simon und dem Gym trainieren? Oh Ja Alle zusammen Ich drück die Stange weg wie kein Zweifel Let's go Wo ist denn der blöde Stern hier? Du kannst Maza, du kannst auf den Trampolin springen Während wir drücken Ja Ich springe Tampolin Macht hier mal euren Sport Ich fühle mich so richtig missbraucht Kann man auch schwimmen? Ja, im Sommer bestimmt schon Er ist der Pool fertig Wie geil Alter, du wachst Ja klar Er ist am Pool fertig Ja, aber wirklich Sie geht wieder zurück Ja Ich hab grad eh nichts zu tun hier hinten Stimmt, du bist schlau Wie K ULK Wie traurig sie guckt Ist das das Bowserfeld? Ist das das Bowserfeld? Könnte tatsächlich sein Oh oh Ja Eins daneben Eins daneben Eins daneben Glück gehabt Glück gehabt Oh Der Simon kann jetzt drei Sterne holen, ne? Safe Ja Noch 41 bis zum Stern Aber es gibt dir nur noch drei Runden gleich oder vier Das heißt, ich muss jetzt jede Runde eine Goldrude einsetzen Das Problem ist Ich hab so viele Münzen gar nicht Warum? Ja, jedes Mal kostet 20 2, 4, 6 Achso Mach mal Mathe Mach mal Mathe Quick Math Wieso nur? K, ULK Ich bin so klug K, ULK Wieso nur? Oh, wie er guckt Hallo, wenn ich Mathe könnte, wäre ich nicht Influencer geworden Ich so Maluna, ich gönne dir jetzt eine Goldröhre, damit du im Team Goldröhre bist Dankeschön Ich gönne dir eine Truhe, damit du dir beklauen kannst Du hast keine Goldröhre Schade Aber Baby Bowser, der kann von jemand anders eine Goldröhre klauen Äh? Nein Ja Oh, Ende 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 Mathe, Mann Die Ebenenspinne Ich bin so traurig Okay Ich wünsche allen viel Glück Ich wünsche allen viel Glück Oh nein Ich wünsche nur dem Horus viel Glück Danke, danke Gegen unser oberkrankes Team Gegen unser crazy Team Oh, Treizmann-Wirbel, ganz wichtig Schon wieder ein scheiß Das ist sehr, sehr gut für uns Das ist sehr, sehr gut für uns, wenn wir uns gut aufteilen Ja, damit du viel Geld hast für deine 10.000 Sterne Hä, ich hab eh genug, hast doch eben gerechnet Wir dürfen nur nicht uns reinziehen lassen, wir müssen immer rauslaufen Wir dürfen uns nicht reinziehen lassen Wenn ihr mit dem Wirbel lauft, werdet ihr nicht reingezogen Wenn ihr gegen den Wirbel lauft, werdet ihr reingezogen Also immer, also immer sozusagen diesen schnellen, um rauszukommen I hate it I hate it Okay Ja Okay Scheiße Okay Team Scheiße Team, wir können jetzt noch einmal Münzen sammeln Wir können jetzt noch einmal ordentlich Münzen sammeln Let's go Ihr seid Blutsauger Komm her, ihr Blutsauger Hä, wie ist denn Oh, oh, oh Der gierigste Ja, sie Ja Du, du musst jetzt kennen Ja Ja Ich hab mein Gehör, das nicht funktioniert, mein Gehör hat nicht funktioniert You're gonna die, you're gonna die Oh mein Gott, dem Horus kriegt so viele Münzen Ich hab's natürlich extra gemacht, weil ich dem Horus in der Ebene auch die Goldröhe gegönnt hab Du bist einfach eine Ehrenmaus Hi, Frank Dopp Oh, ja Wir sind alle Gewinner, vier Münzen, Juhu Ich hab mein Bestes gegeben Juhu Oh Okay, Finale Langsam Finale Team, wo ist gefährlich, zwei Sternen und, ne, gefährlich Ja, aber du hast gleich fünf Sterne Ich weiß schon, wie ich den Videotitel des Videos nenne In meiner letzten Runde Mario Party Oh, nee Nenn den Videotitel so, wie ich dir in WhatsApp geschrieben hab Nein, da ist der Kanal weg Wahoo, Lucky Juhu Soll ich euch was Lustiges sagen? Ich kann jetzt den Stern kaufen für 10 Münzen anstatt für 20 Lol Warum? Weil ich eben noch auf dem Feld komme, dass ich den Stern für die Hälfte bekomme Nein Oh, doch In einer Welt In der Welt In der Welt In der Welt In zwei, vier In der Welt In zwei, vier Oh Mann, ey Oh, Mann, ey Hass Na nicht Hurra. Schade, dass es keinen Sticker gibt mit dem, was du gerade geschrieben hast. Den will ich auch gerade spammen. Du auch? Sag ehrlich. Es sieht so witzig aus, der Sticker. Der da? Ja. Sieht echt dirty aus, oder? Das hat irgendwie was Ableibes, findest du nicht? Das ist schon was dirtyhaftes. Okay. 14 kann ich leider nicht würfeln. Oh nein, du hast nicht mehr 50 Groschen. Nein. Timos, du weißt, ich habe dir keine Goldröhre vor deine Dingsack genommen. Würdest du mir München klauen, oder? Nee, ich würde immer nur Maluna klauen, weil die mir immer klaut. Siehst du, das wollte ich hören. Die klaut mir auch immer alles. Weil ich habe ja auch überhaupt nichts gemacht. Nur ein Bier getrunken. Nur ein Bier getrunken? Maluna? It's your time to shine. Guck mal, wie der immer leckt. Immer am Schlecken. Maluna, hast du dich A gedrückt? Nein. Hä, dann verlierst du doch weniger. Sie hat achtet, sie hat resigniert schon. Ach so. Du musst ganz oft spammen, dann kannst du dich dagegen wehren. Oh nein. Timos hat aber auch ordentlich Münzen abgesackt, muss man auch sagen. Ich habe so bei Laune trotzdem. This is my last chance. Die Goldröhre. Die gute alte Goldröhre. Oh ja, es wird hart, es wird hart jetzt. Es wird eine ganz knappe Nummer. This is really my last. Oh nein. Oh ja. Mach die ganzen Röhren weg. Krass. Danke. Wie viele Münzen wettest du? Wie viele Münzen wettest du? Deine Sterne. Ist das nicht random? Ist das nicht random? Ja, ja. Scheiße. Sieben. Das ist okay, wirklich. Wichtig. Und richtig. Actually cracked. Zählt versus Fett? Nein, nein. Wir machen nur die Minispiele nach der Runde. Sonst wird das nächste Minispiele, kann man nicht bewetten, weil es sonst zu nacheinander direkt kommt. Ist so. Baseballballerei. Oh nö. Wir zählen das nächste nach der Runde. Das ist super scheiße. Wir zählen das nächste Minispiele nach der Runde. Das ist scheiße. Oh nein. Maluna, achte auf deine Cam. Deine Cam war doch letztes Mal davor. Ah ja, ist sie auch diesmal. Hast du recht. Ja, start einfach, Leute. I got your back, Maluna. I got your back. Obwohl ich dich so oft verraten habe. Ja, du bist... Du bist scheiße. Dumme Drecksa, du. Hey, ich kann nur... Ich hab kein einziges. Ja, ist immer ein anderer Rhythmus. Immer auch ein bisschen Glückssache. Bisschen Glückssache, bis Timing. Okay. Okay. Gibt kein Glück. Glück wird er schaffen und so. I hide it. Komplette Konstellation. Das wird jetzt hier richtig... Spannend wird das. Dieser scheiß Drehwurm. Nein. Ja. Ja. Ich hab gelapet. Oh mein Mann. Mach Lex... Was soll das? Hey. Mach Lex-Fitch aus. Oh, nee. Oh. Oh Mann. Jawoll. Let's go. Zweiter ist noch gut, oder? Nee. Scheiße. Der Profi. Der Profi. Einfach der Profi. Die Punkte wollt ihr eh nicht sehen bei mir. Das ist okay. The pain is back. Hallelujah. The pain is back. Hey. Yeah. Yeah. Hallelujah. Oh. Was guckt sie so? Was guckst du? Was guckst du? Was guckst du? I've never been with a baddie. Add it to the daddy. TikTok ruined my life. Dein Hirn ist einfach geschmolzen, dein TikTok. Ja. If you try it, throw it back. A bow. If you try it. No, 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 no. A bow. Ging so nicht der Song? You tried your best. But you don't succeed. When you get what you want. Not what you need. Stuck in reverse. Donkey Kong oder auch aka Rückenbehaarung. Maschine. Maschine. Oh. Maschine einfach. Dein Rücken ist haarig, Maluna. Ja, das ist ja wirklich. Musst du mal rasieren, wenn du willst. Nur wenn du willst. Da kommst du doch gar nicht rein. Da kommst du gar nicht rein. Da kommst du nicht rein. Da kommst du nicht rein. Das ist super gemein. Neh mal, diese Wurstfälle. Das reicht jetzt. Junge, wir machen drei Minispiele in einer Runde. Das reicht jetzt. Das kann alles ändern, ne? Wenn Simon seine ganzen Münzchen verlieren würde. Nach Hause, muh. Komm, mach was hohes. Ah, verdammt. Ja, ist okay. Ach, Mann. Kein Baseball. Ach, das ist auch blöd. Was das? Ach so. Da schießen die mit dem Boot auf uns. Ja, das können wir aber. Katastrophe. Katastrophe. Katastrophenrunde. Könnt ihr einfach ins Wasser springen? Ja, okay, machen wir. Nein. Oh, Mama, 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 Mama. The spirit of the Hawk. Bänger, bänger. Mama, 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 Mama. Alter, ob ich getroffen wurde. Alter, ob ich getroffen wurde. Wie frech. Wie frech. Oh Gott. Nein. Ja. In my face. Recht. Egal, 10 Minuten weg. Das ist mein Moment of Time. Ich wollte sowieso am liebsten 69 Minuten haben. Das ist meine Lieblingszahl. Das ist mein Moment of Time. 69 ist meine Lieblingszahl. Danke. Danke, vielen Dank. Ich bin so traurig. Der Mobus, let's go. Liebe. It hurts. It hurts. It hurts a load. It hurts. Wie du dich umgeschaut hast. Das Minispiel steht jetzt. Oh nein, es ist so ein Scheiß. Warum will ich von allem? Alle gegen dir. Nicht nochmal treib sein Würfel, bitte. Alle gegen dir. Alle gegen dich. Oh, das große Tau ziehen. Das große Tau ziehen. Ach, das ist OP. Muss man da den linken Stick? Ja, ne? Nicht den rechten. Was müssen wir da machen? Einfach irgendeinen Stick rotieren. Ja, den linken. Sicher? Ja, ja. Einfach im Kreis drehen. Ich glaube, ich habe letztes Mal immer den rechten genommen. Aber das war falsch wahrscheinlich. Es ist der rechte. Ja? Sicher? Oder? Hä? Ne, der linken. Mach mal kurz. Mach mal nix, Simon. Ist es egal oder wie? Es ist, glaube ich, egal. Vielleicht beide gleichzeitig? Beide einfach. Am besten beide. Nein. Nein. Power, 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 Power. Wir müssen Simon in die Schranken weißen. Nein. Hä? Das ist so OP. Das ist aber auch echt OP. Das geht ja gar nicht. Das Spiel kann man auch alleine nur gewinnen. Wenn man das alleine verliert, ist man komplett trash, sage ich euch ganz ehrlich. Ach so. Also das ist so ein Spiel, wo man alleine im Vorteil ist. Es gibt ja diese Spiele, wo man im Nachteil im Vorteil ist. Mhm. Mhm. Da musste reingehattet werden. Wie viele Runden gibt es jetzt noch? Wie viele Runden gibt es jetzt noch? Was stand da? Zwei? Nein. Drei Runden. Drei sogar. Du kriegst drei Sterne. Scheiße. Drei Runden. Das heißt, ich werde jetzt noch keine Goldrolle einsetzen. Sondern ich werde jetzt einmal gambeln. auf höhere Würfelzahl. Oha. Jawoll. Oh nein. Krass. Und jetzt. Krass. Das wird nichts mehr bei mir. Oh, ich bin nämlich. Nein, das Bowser fällt. Ich komme auf das Bowser fällt. Scheiße. Ich hoffe, der panisch dich extrem hart. Perdiere alle deine Sterne. I'm so sad. So sad. Maluna einmal letzter für mich. Okay. Jetzt bin ich wieder okay. Ich esse jetzt mal Nutella. Nutella? Du isst das einfach aus dem Glas? Ja. Wie? How uncivilized. Ich hoffe, es ist ein Knutella-Glas. Mh. Ey, das wäre doch eine Killer-Kooperation oder was? Hoffen wir mal. Hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass ich nicht zu viel verliere. Dann so mit Knu-Kacka. Du verlierst einen Stern. Gebozer die Hälfte. Wie stellen Sie jetzt? Okay, Gebozer 10 Minuten können ich gut leben. Wie stellen Sie jetzt? Jedes 10. Nutella-Glas. Einen Nutella. Hä? Nein! Nein! Wie gewonnen, Sozeron. Okay, es war der Stern, den ich mir gerade geholt habe. Den habe ich leider wieder verloren. Tut mir leid. Ja, passiert. Wie gewonnen, Sozeron. Das ist ein Risikopium oder so. Ja, mach's dir nix. Verflixt nochmal. Passiert. Passiert, passiert. Das soll man machen. Wie gewöhnen, Sozeronen. Der Teller ist so widerlich. Ja, ich hab halt so zu verhauen. Wäre ein Powerplay gewesen, wenn ich den Stern jetzt geholt hätte, dann noch die zwei Röhren eingesetzt hätte. Das wäre ein Powerplay gewesen. Oh ja. Ich hab darauf gegambit, dass es reicht. Ich brauchte nur eine Eins, ne? Ja! Ja! Die freut sich viel zu doll. Wirklich. Ja! 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 Nimm den Stern! Wie dieses kleine Kind, was den Ball immer gegen den Kopf kriegt. Ja! Aber ihr müsst euch mal vorstellen, ihr habt so viele Sternmöglichkeiten gehabt. Ich hatte noch nicht eine einzige. Ja. Ich konnte nur klauen. Stimmt. Ein Stern. Wer deine Namen trägt. Alle Leichen überlebt. Oh, wenn du jetzt eine Goldröhre bekommst, das wäre so heftig, dann hast du gewonnen. Gibt's keine. Gibt's keine? Ich hasse das so sehr. Schade. Ich hasse das so sehr, wirklich. Ende! Ende! Wie sie da hängt, ey. Wie sie da hängt. Bist du ein Balloon am Ass? Hätte mir Maluna nicht alles geklaut, dann hätte ich jetzt hier... Ich hab dir einen Stern... Du wärst mit drei auch noch erst... An dem Punkt war das alles in meinem Leben, Maluna. Okay. Die Reichen, die können auch mal einen Stern abdrücken. Die Reichen werden immer reicher. So ist es. So ist es. So ist es. Ende im Gelände. Oha! Ende! Es wird hier noch eine ganz wilde Nummer wird das hier noch. Es wird hier noch eine ganz wilde Nummer. Ey, hab keine Lust! Timoros ist halt gerade in einem guten Führungspunkt. Aber... Gnug heute auch noch einen sicheren Stern. Ich hol mir ein bis zwei. Was machen... Die ähm... Du bist ne Sau! Warum denn? Es gibt gar keinen Grund! Simon... Du unterstützt gerade Simon! Der ist Millionär! Du hast doch die auch geklaut! Außerdem... Ich hab sie nicht geklaut! Außerdem bist du erster Platz! Hör auf! Ja, aber du kriegst noch zwei Sterne und dann Bonus! Ja, 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 ja! Du hast schon die zwei Sterne! Hä? Ich krieg die zwei Sterne, aber du hast die schon, du! Allein für die Reaktion lohnt sich! Ich reagier nie wieder auf Maluno! Jaaa! Oh, diesmal... Okay, beste Team! Wir beide! Beste Team! Beste Team! So, das schaffen wir! Geh, schaffen das! Jungs gegen Mädchen! Let's go! Team Reich gegen Arm! Das ist Baumschwung! Das ist Baumschwung Nummer! Oh, okay! Scheiße! Ja gut, das ist ja random! Das ist ja random! Das ist ja wie Fall Guys, ne? Ja, 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 ja! Okay, Timoros! Ich wette auf dich! Ich zähle auf dich, okay? Ich zähle auf dich! Ja! Hä? Ich hab' mein Auge drückt! Oh, nein! Das ist deine Runde! Allein ist viel einfacher! Jetzt ist 1 gegen 1! You got this! Oh, das war gar nicht leid, Mann! War echt stark, stark, stark! Scheiße! Praise the Gamer Queen! Das war schneller als gedacht! 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 Oh, Gott! Ich war grad schwitzt! Das widert mich an! Moment, 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 Moment! Okay! Okay! Das ist stark! Das ist eine Röhre! War stark! War stark! Gut gemacht! Das bessere Team hat gewonnen! In dem Moment! Bei Runden noch! Gönnung! Das Bowser fällt! Was ist das? Warum bin ich hier? Wieso macht mein... Wie bin ich hierher gekommen? Ich bin hierher gekommen! Ich kann nicht lesen! 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 Ich kann nicht richtig lesen! Bestes SpongeBob-Meme! Guck mal, wie er da spielt mit dem Apfel im Hintergrund! Ja, wir haben es auch gesehen! Einfach süßer! Nein! Maluna ist Mario Mittwoch! Sterne erhalten! Sterne erhalten! Sie, die singen kann! Einfach! Der Mario Mittwoch! Hab ich gehört! Mario Mittwoch! Das ist der Mario Mittwoch! Nein, nein, nein! Das ist Malunas Mario Mittwoch! Der MMM! Der MMM! Ich dachte gerade, ich komme schon wieder aufs Borserfeld! Oh mein Gott! Das Borserfeld ist... Was warst du eigentlich schon wieder hier? Ich habe mir noch ein Glücksfeld gegönnt! Auf entspannt! Auf entspannt! Der nächste Stern kostet 10! Oder... Was nehmen wir uns denn hier? Mehr Münzen, oder...? Oh, die Münzen, da sage ich nicht! Nein! Nein, 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 nein! Die Vigau, Alter! Oh! Warte mal! Also, aktuell sehe ich so, dass... Das ist eine ganz knappe Sache zwischen Gnu, Tim und mir wird am Ende mit dem Bonus-Stern. Bei Maluna sehe ich gerade nicht so eine gute Chance, weil sie nur einen Stern hat bisher. Da sehe ich nicht so eine super... Jetzt sei doch nicht so! Ich sage es nur! Ich sehe da... Nein! Warum habe ich daran nicht gedacht? Was denn? Ich komme jetzt beim Stern vorbei, aber ich muss ja bezahlen! Trash! Achso! Achso! Du bist ne... Du bist ne... Du bist ne Baddie! Du bist ne Baddie, Alter! Ein Never Win with a Baddie! Oh mein Gott, Tim, Boris, du hättest fast den Stern gehabt! Hättest du eben die Runde... Mann! Hättest du da... Oh! Jetzt ist der... Soll ich es probieren zu würfen? Das macht mich so sad! Dann haben wir danach noch eine Runde, oder? Eine haben wir... Nee! Oder? Haben wir danach noch eine Runde, oder nicht? Ja... Wenn du halt ne 6 würfelst, kommst du aufs Bowser-Feld! Und dann kannst du den Stern verdienen, das ist mir auch passiert! Hm... Hm... Ich habe dich nur gewarnt, weil ich ein Ehrenmitbürger bin! Hm... Aber danach kommt noch eine, ne? Ja, ja! Du kannst die Goldhose nächste Runde noch passen! Ach komm! No risk, no fun! Oh... Würfel, Würfel, Würfel! Würfel! Ach, das ist doch nicht dein Scheißernst! Hä, reicht doch! Echt? Reicht doch 5! Ja doch! 5 reicht doch ganz genau! Aber... Komm ich dann nicht aufs Bowser-Feld? Nein! Doch, kommst du... Nee! Oh doch! Kommst du aufs Bowser-Feld, ja! Die rennt das Feld noch weiter! Oh nein! Aber das reicht für einen Stern! Ich will auch einen Stern! Ach du kommst bei 5 aufs Bowser-Feld! Mann! Ich dachte ich krieg den Bonus-Stern fürs Bowser-Feld auf jeden Fall! Und jetzt hat noch jemand anderes einen Bowser-Feld-Bonus-Stern vielleicht! Oh! Saftiges Knut, das war stark! Da kann ich gar nicht lang! Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt auch einen Stern verlierst genug? Das wäre ja schon... Ja, sag nicht, das für deine lila Farbe war vorhin auch für den Arsch! Ja, aber du wirst jetzt nicht... Also noch einen Stern verlieren, das ist schon unwahrscheinlich! Oh nein! Oh nein! Das ist schon unwahrscheinlich! Dann nimm mir mein ganzes Geld! Dann bringt mir meine Röhre aber auch nichts mehr! Oh nein, nein! Das gibt's doch! Du enthältst 1000 Münzen! Oh nein! Alter! Das hab ich dann fucking ernst! Du Möder-Kenner! Da hätt ich's nicht machen sollen! Oh, wisst ihr? Und genau davor hab ich gewarnt! Und jetzt weißt du, was das Problem ist? Ich hab kein Geld mehr für meine Röhre! Wenn Gnu jetzt nicht das Minispiel gewinnt, kann sich danach die Röhre noch nicht leisten! Das heißt, Gnu muss das Minispiel jetzt gewinnen, aber Gnu ist auch ganz allein dafür verantwortlich, weil Gnu spielt im roten Feld, also im roten Team gegen alle anderen eventuell! Ah ja, stimmt! Aber es kann sein, dass man nur in ihrem Team ist, weil sie auf ein grünes Feld kommen! Oh, ist das wild! Oh, Stress! Was ist denn da Geister hinten eigentlich? Geisterklingel kannst du einen Stern klauen! Das ist OP, wirklich! Ja, kannst du einen Stern klauen! Nein! Oh, yeah! Es schafft auch fast keiner irgendwie über das zweite Ding rüber! Doch! Schafft jeder! Was? Nee, Lüge! Maluna, wie konntest du... Du bist the baddie! Du bist the baddie! Wie konntest du so weit springen? Wie hast du das gemacht? Okay, ist es Team oder nicht Team? Nee, alle gegen... Okay, wenn Gnu jetzt gewinnt, kann sich die nächsten Stern leisten, wenn sie verliert... Dann bin ich trotzdem nicht erst! Dann müssen wir jetzt husteln! Leute, wir müssen jetzt unbedingt... Wir müssen jetzt stark spielen! Wir müssen jetzt stark wieder dabei! Oh, das Spiel ist... Oh, das ist schwer! Das ist schon wieder so ein Scheiß-Spiel! Das kann eigentlich nur der Dinges gewinnen! Ja, das ist schwer! Warum? Was ist denn das? Ja, da kann eigentlich nur der einzelne Spieler gewinnen! Ach so, das muss ich oben bringen! Wir müssen jetzt einfach wegbamsen, Alter! Wegbumsen! Es reicht, wenn wir uns aufteilen! Nein! Wir müssen uns aufteilen, aber es wird hart! Manche hinten, manche vorne! Also das ist für den einzelnen auch wieder so ein richtig gutes Spiel! So wie ich eben mit dem Tauziehen! Schnelligkeit jetzt! Okay, Schnelligkeit! Schnelligkeit und Gehirn jetzt! Was macht ihr da? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Was macht ihr da? Wo bin ich eigentlich? Bist du dich nicht? Ach so, doch! Du bist tot! Kommt schon bei den süßen Mäuschen! Nein! Kommt schon bei den süßen Mäuschen! Kommt schon! Na los! Oh, war es ein knapper Drift! Das war ein knapper Dock! Sorry! Ja! Let's go Team! Let's go Team! Du bist ehrenvoll! Let's go Team! Let's go Team! Simon ist actually cracked! Let's go Team! Actually cracked! At this game! Oh mein Gott! Let's go Team! Simon ist actually cracked! Let's go! Das Spiel ist hart! Das Spiel ist hart! Let's go! Aber ihr habt alle sehr gut ausgewichen! Das hat nur sehr viel Zeit! Danke, danke, danke! Sehr gut! Ja, danke, danke, danke! Vor allem Aluna, sehr gut! Ja, ja, danke! So! Danke! Okay! I have never been with a gold rubber! Let's go! Okay, jetzt wird's ein sehr harte, es wird ein sehr harte Battle! Oh, warte! Ich könnte nochmal auf Sponsorfeld kommen! Oh nein! Ich komme auf Sponsorfeld! Ja! Ich kann nicht mehr! Ich kann wirklich nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Er kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Wie wahrscheinlich ist das, dass der Bowser dreimal den Stern wegnimmt! Wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist das? Komm, klau mir alle meine Münzen oder irgendwas! Aber bitte jetzt! Nein! Nein! Der Stern! Warum geht der weg? Oh mein Gott! Der ist ja am anderen Ende der Welt! So ein Arschloch! Warum immer Bowser fällt? Warum immer Bowser fällt? Oh nein! Das kann nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Und die Steuern müssen auch noch zahlen! Das darf nicht wahr sein! Es wird erst ein Battle geben zwischen Gnu und mir, weil wir wieder auf dem gleichen Feld sind! Und dann wird das Bowser fällt noch geben! Oh mein Gott! Kannst du mich nicht einfach in Ruhe? Maximal Pain! Für euch! Da geht dann nicht mal ein Risiko ein, ne? Ne! Wenn ich ein Risiko eingehe, dann kriegst du halt noch ein Sterngeschenk! Und ich verliere jetzt noch einen! Deswegen kann ich es nicht eingehen, das Risiko! Das ist klar, wie nett, dass du einen verlierst! Ja, ne! Also dreimal hintereinander, das ist schon unwahrscheinlich! Ach! Das ist es! Oh nein! Ach, diese Scheiße! Ah, das hasse ich! Das ist auch ein bisschen Glückssache, ne? Wo man reingeht! Okay! Okay, das hat nur mit Skill zu tun! Ihr müsst jetzt hier richtig abliefern, ja? Du hast mit Skill zu tun, kleine Maus! Oh, du Maus, du! Okay, okay! So! 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 Immer schön laufen! Immer schön laufen! Weil wenn du laufen tust, dann tust du auch saufen! Oh! Du! Nein! Ich bin mir grad nicht sicher, ob das schlau war! Oh, Simon ist grad auf der Zielgeraden! Let's go! Ist eh egal, es geht ja um nix! Es geht um zwei Münzen! Geil! Geil! Es geht ja um nix! Oh nein! Geht nie! Ich hab's nicht geschnallt! Egal! 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 Es geht ja um nix! Es geht ja um nix! Es geht ja um nix! Zwei Münzen! Let's go! Es waren zwei Münzen! Warum ist das so traurig? Und jetzt kommt noch Sposerfade! Pain! Ey, ich kann nicht mehr, ne? Wenn ich jetzt noch einen Stern verliere, dann kann ich wirklich nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Aber du kriegst tausend Münzen jetzt! Simon, komm! Ich würd's ja Tim Horus auch gönnen! Sag ich ja von Herzen! Wirklich! Er hat immer nur ein Erster gewesen! Ich würd's ihm auch gönnen! Ich würd weinen, wenn das passiert wirklich! Aber wenn ich jetzt einen Stern verliere, dann wär ich trotzdem traurig! Ich kann nicht mehr! Ich mach Augen zu! Okay! Oh Gott! Oh nein! Das geht! Ich will Münzen! 30! Alle meine Münzen sind okay! Fuck! Aber wenigstens kein Stern ist okay! Ist okay! Ist okay! Ist okay! Ist okay! Here we go! Hi! Ich bin Peach! Kannst du doch irgendwas machen, dass ich Münzen kriege? Acht! Ich will auch meinen Stern! Bitte! Wenn es einen... Mann! Wirklich! Wenn es einen Gott gibt! Ist doch scheiße! Gott! In der High Elo! Wenn es dich gibt! Dann jetzt bitte! Ich manifestiere die Neun! Manifestiere! Hau Rami! Hau rein! Wenn du jetzt die Neun bekommst, hast du safe gewonnen! Ajo! Okay! Es war fast eine Neun! Muss man auch mal sagen! Volle Neune gerade! Muss man auch mal sagen! Die Sache ist! Wenn es jetzt gleich dann bleiben würde und wir bei den Bonus-Stern beide keinen bekommen, hat Timoros gewonnen wegen der mehr Münzen hat! 40 Münzen! Ich hab Null! Wegen Bowser! Scheiße! Aber Maluna hat die meisten! Ich zeig einfach nur, dass ich glaube! Nein! Maluna hat aber nur einen Stern! Ah! Ein Stern! Stern! Ich hab mir keinen einzigen Stern gekauft! Das ist der Beweis, dass es keinen Gott gibt! Maluna hat nur geklaut! Ich wollte es mir nur mal anschauen! Das ist okay! Oh du hast dich gewonnen! Oh! Ich würde die einfach klatschen und mir die nehmen machen! Ja! Stell dir vor, sie würde dir noch sagen, du hast deine Rohre gewastet so! Ich habe selbst eine Rohre im Gesicht! Oh! Jetzt kommt die letzte Runde von Maluna! Das wird jetzt eine ganz kranke Runde! Ja! Mach massiv jetzt! Massive Runde Maluna? Ja! Ich hole jetzt alles! Eine massive Runde von Maluna! 24! Kannst du nicht schaffen! Doch! Oh! Ja! Das ist doch ordentlich! Man muss auch sagen mal, Luna hat viel geklaut, die Runde! Ja! Jetzt geht es gar nicht gut! Das war Pech! Oh! Eins! David Bowser fällt! Glück gehabt! Ui! Letztes Minispiel! Finale! Oh nein! Alle gegen Yoshi! Oh nein! Den beiden geht es nochmal richtig aus! Nein! Ich habe hier keine Münzen! Tor wäre beste! Gibt es auch den Arschlochdehner? Das würde ich gerne spielen! Ah! Rugbyrempelei! Das können wir schaffen, oder? Achso! Das ist voll schwer! Ja! Troma Maluna hat es geschafft! Heck! In sein Gesicht! Er ist ein Dino! Oh! Guck mal, wie schnell er ist! Gib ihm! Haha! Okay! Okay! Ich bin bereit! Fokus! 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 Geht es um alles, ja? Ähm! Jasmin macht den Anstoß! Ah! Sie sind scheiße! Sie sind scheiße! Sie sind scheiße! Let's go! Let's go! Yoshi doch mal das letzte Minispiel geholt! Für die Community! Haha! So sweet wie er tanzt, wirklich! Süß! Ah! Let's go! Toll! An die Leute, die gelieft haben! Ich küsse euer Herz! Ich habe so Angst jetzt vor der Auswertung! Ey! Simons, das könnte ein erster Sieg werden! Das könnte ein erster Sieg werden! Flitzerbonus habe ich auf keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Flitzerbonus habe ich auf gar keinen Fall! Ich bin so langsam gelaufen! Okay! 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 Krass! Die will auch noch einen Stern! Jetzt kommt der letzte Bonusstern! Jetzt kommt der letzte Bonusstern! Der Trödelbonus! Vielleicht ich! Vielleicht ich! Oh nein! Das bist du Simon! Ich habe so getrödelt! Bitte! Habe ich genug getrödelt? Das bist du! Scheiße! Ich habe getrödelt! Du! Nein! Er hat getrödelt! So nah war ich noch nicht! So nah und doch so weit entfernt! Letzte Sekunde! Letzte Sekunde! Ich wusste es war alles genau für diesen Moment! Aber! Katastrophe! Wirklich! Ist okay! Man muss auch mal letzter werden! Hier Morus du weißt! Mit dieser einen Goldtour habe ich dir nicht die Sternvoll Nase weggeklaut! Ich habe dir immer nicht beliebt! Aber wenn ich den Trödelbonus bekomme! Du hast alles für mich getan! Der Trödelbonus hat mir den Arsch gerettet! Der Trödelbonus hat mir den Arsch gerettet! Ich war trotzdem super! Komm! Ich war auch dabei! Das war einfach nur der Stern den ich verloren habe durch Bowser! Das war einfach nur der Stern den ich verloren habe durch Bowser! True! Lass mal die Stats gucken! Ja lass mal die Stats gucken! Lass mal die Stats gucken! Drück mal da! Wie geht das nochmal? Verdo! Aha! Ich will wissen wie die meisten Minispiele gewonnen! Oh! Ich habe die meisten Münzen! Ich habe die meisten Minispiele gewonnen! Ich habe offiziell nichts gewonnen! Minispiele! Aber Minispiele war sehr knapp diesmal! Ich habe 115! Timoros hat 105! Und Maluna hat 108! Das sind die Minispiele gewonnenen Münzen! Oh! Ja! Haben wir alle sehr nah aneinander! War sehr knapp! Ich habe gar nicht gemerkt dass ich einen versteckten Block hatte! Ja du hast einen versteckten Block gehabt! Irgendwann werde ich mal erster! One day! One day! Or another! Aber es war wieder sehr schön! War nice Leute! War nice! War nice! Wie immer ihr Mäuse! Es ist einfach immer ein Schmaus mit euch! Ein Schmausi Schmaus! Ein Schmausi Schmaus! So und jetzt sagt der Unge noch das Wort wie er seine Community nennt zum Schluss! Ja Mausi Schatzis! Mausi Schatzis! Mausi Schatzis! Na ja das ist auf jeden Fall bannable! Nein! Genau!